einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich habe gestern post bekommen und heute und ja da werde ich jetzt gleich noch mal einen kleinen schwung videos machen ich mache erst mal dazu ein video um euch da mal zu zeigen was ist ein reklamationsfall ich möchte euch noch mal auf inhalten und was dazu erzählen so gut so ich habe einmal ein neues mikrofon für meinen triton also das heißt ich kann dann auch wieder gameplay aufnahmen machen weil das ist mein altes mikrofon ich kann es euch mal zeigen hoppala also das ist eigentlich so war mein laptop hier gerade an weil ich gerade erst nach hause gekommen bin habe das paket das andere auch gerade von der nachbarin geholt so das ist eigentlich mein triton das gehört so zusammen und hier seht ihr das ist komplett außen ich weiß nicht warum ich das mir nicht runtergefallen ich bin nirgendwo hängen geblieben das ist nicht eingeklemmt worden ist nichts aufgefallen nichts ich habe nur mit onkel war das glaube ich ja habe ich haben wir im TS gesessen wir haben den leid gemacht und so müsst ihr euch vorstellen so ist das headset dran also das mikrofon am headset und dann habe ich so aus dem augenwinkel nur gesehen dass hier irgendwie das komisch aussah weil das hier so runter gehangen hat dann habe ich das wieder ruf geklickt da konnte man die erste zeit auch hier prima ruf klicken einfach wieder und dann hat es wieder kurzzeitig gehalten und dann ist hier dann auch das plastisch schon weggegangen gewesen und dann das nächste plastisch weggebrochen und das ist ein garantiefall logischerweise und dann habe ich mir einfach Draht oder beziehungsweise Gummi genommen und hab das hier so rumgewickelt sie zwar jetzt habe ich auch Zopfgummis also Bartgummis und hab die dann so rumgewickelt dass man das nicht weil die sind auch schwarze hat man das nicht gleich gesehen dass das Mikrofon damit irgendwas zusammengehalten wird aber das hat das nun nicht mehr seins gemacht was machen soll und deswegen habe ich bei Triton angerufen und jetzt kann ich wieder das werde ich nachher auch gleich an mein Mikrofon an mein Headset anbauen und dann geht das wieder und ich brauche kein Gummi oder kein nix dran machen das Telefon automatisch das ist schon mal positiv dann habe ich mir gleich noch das mitbestellt wieder weil mein Kabel hat durch den Umzug hat einen Kabelbruch erlitten um mein Triton am Headset dran zu machen und dann mache ich das praktisch wo war denn das hier ist der Dreier da hat drei schwarze Striche der kommt in Controller drin und der kommt dann in der Triton drin und ihr seht ihr das auch und dann kann ich mein Triton Headset was neben mir an der Couch steht an Controller anschließen und hab den Playstation Chat finde ich eine richtig klasse Möglichkeit so das warte schon ich soll euch halt nur sagen dass ich jetzt wieder Gameplay aufnehmen kann ich werde es halt wie gesagt auch gleich anbauen ich habe nicht noch ein paar Spiele die ich unbedingt aufnehmen will die ich nicht mehr geschafft habe aufzunehmen weil ohne Mikrofon geht nicht und das werde ich dann nachher gleich machen da kommen dann ich habe noch zwei PSN Spiele die ich gerne euch noch zeigen möchte also Download Spiele kann ich dann nachher gleich in Angriff nehmen das war soweit zu diesem Video hoffe ich freut euch dass dann demnächst wieder Gameplay Aufnahmen kommen ich verabschiede mich erstmal Ahoi sagt euer Odin